Es geht mir nicht darum, Werbung für eine bestimmte Partei... Einen Moment. Nein, ich bin nicht zugestiegen. Ich bin wirklich nicht zugestiegen. Ich habe schon gezeigt. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Formel 1 2016, 2017. Dena ist mit dabei, worüber ich mich sehr freue. Dalu ist mit dabei, worüber ich mich sehr freue. Und alle aus unserem Team, außer Bram, sind mit dabei, worüber ich mich auch sehr freue. Und die anderen sind Team Blau, weil die blau sind. Das stimmt doch nicht. Okay, wie haben wir das jetzt mal festgestellt, wer anfängt? Ja, fahrt mal alle schön an meinem Auto vorbei, bewundert uns nochmal. Boah, ist das hässlich. Hype, Hype, Hype. Ich bin blind, ich kann leider nicht mehr mitfahren. Hahahaha. Oh! Ein Rad war auch schon... Taluskar我想 von Stube. Ja wirklich, hört der sich extra... So. Aber ich kann mir richtig viel blaue Bewegung so, wie der so die Arm in die Luft schlägt, auch noch. Oh nein. Dann kippt der einfach weg. Loil, hier ist noch einer! Loil, hinter mir. Der wartet auf euch. Links um die Ecke, wenn ihr kommt. Der ist hinter der Wand links. Links Jay. Links Jay! Das ist dann links! Das andere links! Er ist links, links, links! Er ist down, er ist down. Erst geht's aufheben, der Balken läuft schnell. Die sind aber auch scheiße. Wenn du... Top, die Zeit zählt. Top, die Zeit zählt. Na wieso kommt der noch den grünen? Ja, du hast noch eine Rakete gekriegt! Das sieht so behindert aus. Dieser Karton, der durch die Gegend eiert. Wer ist denn Fandorne, alter? Stoffel ist das. Stoffel, Fandorne. Neuer. Der Wattenersatz. Stoffel! Ich warte... Hau weiter dran, Feder! Oh, oh! Ohne Spastalow, wo bist denn du abgesprungen? Ich bin in allem durch, sozusagen. Als ob! Ja, dann halt nicht! Das geht doch gar nicht! Jetzt sag doch mal ohne Spastalow. Ja wirklich, jetzt lüg doch mal nicht! Kleiner Lügenboll, ey! Jetzt sag uns doch einfach mal, wo du abgesprungen wirst. Lügenlord, hier. Ne, der soll die abhalten, da reinzukommen. Schutzhund? Wat? Einbrecher? Hunde, Einbrecher, Hundeschutz? Ja, was ist der dann? Der ist ein... Schutzhund! Ja, ein anderes Wort! Einbrecherhund, wat? Polizeihund? Nein! Das mag Bram sehr gerne und ich mag es gar nicht. Es ist was Pulvermäßiges. Koks? Was man an sein... Das ist in Pulverform, das tut man an sein... Vorbei, vorbei, vorbei! Ich hab auch beides! Die Pulverform, die Bram gerne mag? Curry! Du magst kein Curry! 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 Was weißt du denn nicht, dass du kein Curry magst? Das weiß ich auch nicht! Aber das war jetzt schon... Warum bist du denn hier dran? Der Higgs, ich mag es gar nicht. Aber das war auch nicht auf Wachung gekommen. Das war aber auch richtig geil. Schutzhund! Der deutsche Schutzhund! Oh, Felix, weißt du? Hallo Jonathan! Wie fühlst du dich denn gerade? Hast du schon alle Tatteln aufgegissen? Wie du siehst, kleine Garnele, noch nicht. Garnelen-Senpai sagt, esst nicht alle Tatteln auf einmal! Meine Aufnahme ist versehentlich gelöscht worden wegen... Ich hab auf jeden Fall die perfekte Karte dafür. Ich meine, ich hab immer noch den Free Win. Meine Aufnahme ist versehentlich gelöscht worden wegen dem Moment, wenn Sperma-Füllung in deinem Limmzweich ist. Bitte, bitte. Ja, alles klar. Der Free Win, Danu! Bitteschön! Okay, wegen der Frauenquote, die Peatles von deinem Ausfall bezahlen. Oh, ne. Das ist nicht wegen Danus. Liga-Gaping-Karte. Soll ich mir mal was? Die Karte ist ja mal richtig geil. Pizmi-Tee. Das ist lustig, weil er nicht für die Unternehmung spielt. Boah, mega lustig. Die Kippe eines Jugendkacken und warten, bis er sie aufsetzt. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho gegen so ne karte hast du doch keine chance ja warum? Peter, ey Peter hat so starke Karten er hat ja die Lobby auch so oft aufgemacht ok, hast klar oh fuck, ich hab nur Scheiße zurück können wir leider keine Videos wegen Alkohol am Boden kommen wir leider keine Videos für schönes Kling wegen Böller im Arsch anziehen und da ist der Peter, ist der Peter, ist der Peter, ist der Peter und da liegt Tasse und in der Tasse ist dann auch Bier alles klar da muss jetzt was richtig witziges da bin ich jetzt aber auch gespannt Hartz 5 wäre Hartz 4 Hartz 5 hey das hat sich gerade jetzt witziger geworden Hartz 4 und warum ist das nicht passiert Hartz 4 hey Baby, klopf, 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 wer ist das? hey Baby, klopf, 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 wer ist das? wer ist das? wer ist das? Sex? Nein, Sex wer? Sex mit einer Taschenmoji wer ist das? Sex, Sex wer? Sex mit schwarzer Baubollpflücker boom 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 hey Baby, klopf, klopf, wer ist das? Sex, Sex wer? Sex mit Daily Filter Sex boom oh, der ist auch gut jetzt die Baby, wer ist das? Sex, Sex wer? Sex mit Batman boom boom und echt da Sex, Sex wer? Sex mit ho, der tut ooh, yo Jame mit seinen Burnkarten ja, das ist Safe Burnkarte kannst du ja mal rein spielchen ja, das war schon die erste war ich schon mal nicht das war so ein Tipp das B Ja genau, ich kann mich jetzt noch daran erinnern, dass ich das zum ersten Mal gesehen habe und mich vom Stuhl gefeilt. Selbst in 4 Promille wäre Pete nicht schön. Jason-Colum-artiges Aussehen gibt's ab sofort im Pete-Me-Shop. Was ist denn das denn? Das war so eine Actionfigur. Eine Patronomie, die einen Herzinfarkt hat, gibt's ab sofort im Pete-Me-Shop. Oh krass, ich bin verloren. Fünfeinhalb Minuten hast du noch. Warum? Ich bin so hart verloren. Alter, ohne Spaß, ich brauch immer mehr und das wird immer schlimm. Serie? Nee. Das war ne Frage. Oh, ich würd schon sagen, ja. So, hm? So, es ist... Ja, ja. Das ist so ne Serie, oder? Ich würd sagen, ja. 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 Also, ja. Nicht schon wieder, Rote! Nein, Jay! Du siehst mal nicht. Du siehst mal nicht. Scheiße. Ich bin gerade, wenn ich ziehe die hier drüber, dann ziehe ich es auf. Jetzt war knapp. Ei, ei, ei. Geile Runde. Ne. Vertraust du mir eigentlich, Bram? Bist du eigentlich... Komm, Peter! Komm, raus! Ja, hoi! Oh, nice! Die Melen Boys! Richtig stark! Die Melen Boys hier, ey. Mega klar. Ja, lass mir auch vertrauen. Du hast die ganze Zeit in meine Richtung geguckt. Ja, warum hast du mir denn keine Kiste gebracht? Ja, jetzt so wie Dallo rumgeschrien hat, egal. Ja, okay. Wenn du natürlich dann bei nem Fehler dann wieder zurückfährst und dann weggerammt wirst, dann muss ich halt nicht wundern. Man muss auch kämpfen, ja? Ja. Ach, Mann. Man muss aber auch wissen, wann man verloren hat. Nein! Nein! Oder fangst du dran vorbei? Nein! Das einzige Ziel ist mit mich rein, ey. Bums, den Bram heißt das noch nicht. Nein! 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 Was war denn das für ein Puster? Weil Dallo geschlagen hat, ist einer runtergefahren. Ja, weißt du, der Wind, der Wind. Das scheiß Kind. Der Wind, der Wind, das scheiß Kind. Okay, wenn man etwas, wenn man die Dinger da unten richtig weit auseinanderkriegt, ja? Ja, die Arschbacken. Nee, die längeren Dinger. Die längeren Dinger, die Beine. Ja, genau. Wenn man die quasi horizontal auseinander bekommt. Spagat. Korrekt. Ja, sehr gut. Die Regenbogensteige schon ziemlich einfach. Weißt du, eins, eins. Ich krieg trotzdem Bronze, ey. Ja. Du bist ja auch dritter. Kito klatscht jetzt für drei Leute. Ist ja krass. Ja, halt wie immer eigentlich. Du weißt doch immer, wenn es Bronze, Silber, Gold gibt. Drei? Ja, aber weil wir halt zwei mit der gleichen Punktzahl haben. Das stimmt. Ja. Jay, was hast'n du da? Du hast hier geschmissen, drei Sekunden bevor die Runde losgeht. Was geht's hier jetzt von mir? Ich wollte hier auf Dalu schmeißen. Achso, das wäre viel besser gewesen. Scheiß da, du. Da hochkommen, ey. Wenn du gerade die Leichen entsorge. Wir diskutieren da und da hinten läuft Jay mit so einer Leichen zum Abgrund. Oh, ey. Ihr habt da super einfach, ihr habt das ganz gut genutzt eigentlich. Scheiße. Jetzt hab ich Bock auf die Welt. War das schon eine dritte? Ja, Jay hat schon fünf Punkte. Aber dass ich direkt wieder als Zweiter ne Blaue bekomme, direkt wo ich hinter ihm gefahren bin. Das war schon echt lucky. Nee, nee, nee. Das ist Jay nicht. Wow! Das Jay hat aber den Brammer aufgenommen. Auf wem ja Steinblock ist unfähig für ihr Quartfreundchen. Ich glaub, Bram ist raus. Das war's für Bram. Also, Alter. Das war's für Bram. Das ist eher der Steinblock out of nowhere, ey. Ja. 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 Nein, du schießt aber endlich. Ich will nicht die Leiche meines ergebenden Coupans chanten. Wie macht man mit dem Handy ein Video? Also für Whatsapp. Handy mit dem Video, ey. Wie macht man mit dem Handy? Für Whatsapp. Weiß ich auch nicht, wie beim Handy ein Video war, ey. Das hab ich noch nie gemacht. Jay macht wieder die Gesichtsbremse, aber... Weißt du, er macht... Peter macht gerade gar nichts wirklich. Peter, komm langsam auf dich zu. Ich bin schon bei der Hälfte. Du bist noch nicht bei der Hälfte. Oh, Peter. Huiiii. Öko. Oh, guck mal, mit hier ein Siegertreppchen, ey. Und so ganz nett. Und so mit isst man das dann? Oder ist das nicht so so? Also wir haben Backofen-Pommes dazu gemacht. Ich weiß, voll krass, Alter. Backofen-Pommes, Junge, ist richtig übertrieben hart, Junge. Erstmal voll abgehen. Backofen-Pommes, Junge. 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 Backofen-Pommes, Junge.